Er ist nicht so der Technik-Nerd wie ich. Das ist schade. Technik ist super. Und am Ende hast du dann sowas wie bei mir, meine Schwester, die nicht mal eine Switch angeschlossen kriegt. Kiro, moin. Guten Abend, Kiro, Doc. Ja, du kommst wieder zu früh. Also zu früh fürs eine und zu spät fürs andere. Weil der Stream geht jetzt noch 15 Minuten, dann kommt eine Stunde Pause und dann geht's wieder in Uwu. Uwu, alias, nee, Uwu. The Complete Chronicle, alias Uwu. The Karen, Karen, äh, Story. Ah, Hilfe, mein Handy geht los. Oh oh, oh oh. Seine Schwester ruft wieder an. Nee, ich bin versehentlich auf deinen Stream gekommen. Die Switch brennt, was sollen wir jetzt machen? Oh, ich würde sie ermorden. Ich würde sie ermorden. Erdrosseln. Also nicht die Switch, meine Schwester. Ich habe ja gesagt, wenn Pokémon Snap rauskommt, ist die Switch schon wieder bei mir. Ja. Wann kommt das raus? Morgen. Nein. Ähm, am 26. April, glaube ich. Okay. Ja, da darf man Pokémon fotografieren. Das ist eines der verlorenen Franchises. Von denen, die ich vor einem Jahr noch prophezeit habe, dass sie nie wieder rauskommen werden, weil die einfach vergessen wurden und in die Tonne und nie wieder irgendwie rausgeholt wurden und komplett in Vergessenheit geraten sind. Und dann kündigen die einfach an. Es wird einen neuen Teil geben. Ja. Was ich super toll finde, weil ich habe dieses Spiel als Kind geliebt. Pokémon Snap hast du geliebt? Gab's also früher schon mal. Der neue Teil heißt New Pokémon Snap. Das gab's für die Nintendo 64. Alter, der hat mich festgehalten. Der Sack. Ich hoffe, er ist selbst geflogen, aber dass er mich festgehalten hat. Nintendo 64, eine der besten Konsolen, die es jemals gab. Change my mind. Nintendo 64 fand ich damals auch ganz lustig. Vor allem, dass es halt die erste war, die diese 3D-Effekte im Endeffekt hatte. Ja. Das war meine erste eigene Konsole. Na gut, ich müsste jetzt sagen, meine erste eigene Konsole war ein Computer, aber das ist auch nicht richtig. Meine erste eigene Konsole war etwas Computer-ähnlich, also es war ein Commodore. Das ist auch ein Computer. Ja, aber wirklich. C64 ist ein Computer. Ja, aber damit konnte man nicht wirklich arbeiten. Einer von uns hängt noch. Ja. Aber wir sind trotzdem Zorteil. Aber C64 ist auch. Der zählt. Der zählt. Und dann war meine erste Konsole ein Computer. Und meine erste... Und meine... Dann war meine erste Konsole ein NES. Ein NES? Ein NES. Der alte. Wo man... Wo man mehr mit Pusten beschäftigt war, als mit Spielen. Das war man immer. Das war auch bei der N64 so. Ja. Und dann hatte ich einen... Ein Master-System noch. Und dann kam lange nix. Da bin ich immer zu Freunden zum Zocken gegangen. Weil ich hatte den Commodore ja. Und da habe ich halt alles auf dem Commodore gespielt. Und dann kam... Irgendwann eine PS1. Die habe ich aber nicht mehr. Und dann kam... Was kam denn dann eigentlich? Was habe ich denn dann gehabt? War nix mehr. Dann hast du wieder einen PC. Ich hatte auch... Also... Ich habe mit... Ich glaube ich 14, 15... Habe ich den alten Computer meines... Meines Bruders gekriegt. Ein wunderschöner... Äh... Windows 95 PC. Der dann irgendwann... Durch ein Windows XP PC ausgetauscht wurde. Oder ansonsten hatte ich halt meine N64. Da habe ich als Kind... Sehr viel drauf gespart, dass ich mich leisten konnte. Also es läuft wieder nicht gut. Ich habe schon wieder eine Blau-Währung. Meine erste und dann kamen... Zeichen dann noch an GameCube. Irgendwann habe ich auch eine Playstation gekauft. Also das war nicht gut für mich. Da kommt aber auch nix mehr. Nein, das war gar nicht gut für uns. Ne. Ausgeschieden. Leider ja. Auf ein neues. Ich verstehe bloß nicht, warum wir eben... In dem vorherigen ausgeschieden sind. Weil selbst in deinem Stream-Stand qualifiziert... Ja. Bug. Bug. So, also... Eins... Na ja, zwei gehen noch sogar. Oh, ich wollte beenden machen. Entschuldigung. So, wir fahren wieder. Ich habe auch dieses Mal keine Punkte bekommen gerade. Komischerweise. Echt? Du. Ach so, dann... Ja, du darfst nicht... Du musst während eines Spiels rausgehen. Du darfst nicht... Okay. Du darfst nicht im Ladebildschirm rausgehen. Okay, wie blöd ist das denn? Wie doof ist das denn? Ja, das werden sie wahrscheinlich auch noch rauspatchen. Ah, noch 10 Minuten, dann ist Essenszeit. Den gelben Rund, den will ich auch immer noch haben. Der da in dem Ladebildschirm jetzt ist. Hast du den? Äh, wen? Den gelben Wolf? Ne, den habe ich nicht. Ah, doch. Leider nein. Leider nein, leider gar nicht? Leider gar nicht. Moment, bin ich nicht gut dabei. Gebt mich da jetzt bloß nicht runter. Nein, das reichte nicht, warum nicht? Einfach reinlaufen, nicht springen. Das ist viel leichter, wenn du einfach reinläufst. So, jetzt hat es gepuppt. Aber auch nur siebte Position, also das ist jetzt nicht so gut. Ja. Aber bis jetzt hat es uns noch nicht nach hinten geworfen. Ist alles gut. Ist bis jetzt überhaupt noch einer durchgekommen? Ja, ja. Sind noch mal ein paar durchgekommen. Du hast wieder einer durchgekommen. Sind noch einige durchgekommen. Na ja, dann sind wir immerhin noch dabei. Wir sind noch drin. Wir sind noch drin. Alles gut. Ding, 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 ding. Die Wippen. Weißt du, was ich jetzt schon gut finde an diesem Truppenspiel? Ich habe noch keinen Schleimkraxler erlebt. Macht diese Spielvariante sehr sympathisch. Ja. Ja. Oh, du bist schon wieder vor mir. Was bleibt noch vor dir? Kommt vor. Jetzt wird es eng, jetzt wird es eng. Ja, geht runter. Ja. Nein. Ich habe es auch nicht geschafft. Ich habe es auch nicht geschafft. Nein, da falle ich runter. Dumm. Die Sprungtaste nicht gedrückt. Das ist schlecht. Ja, das ist schlecht, wenn man irgendwo hin will. Ich bin sehr weit hinten. Oh, und vor mir ist einer, der auch von uns ist. Der ist auch sehr weit hinten. Das ist schlecht. Einer von uns ist schon durch und ich bin es auch gleich. Jetzt bräuchten wir euch aber. Ich komme. Weil wir haben nicht viel Zeit und wir haben nicht viel Punkte. Oh je, nur vier Punkte von mir nur noch. Und der andere hat auch noch drei. Ja, das war es gewesen. Das war es gewesen. Sind wir schon wieder raus. Ich war so gut dabei und dann hat es mich einmal runtergehauen und dann war es vorbei. Ich kann mich nicht mehr ran. Dumm gelaufen. Ja. Wie sieht es jetzt aus zeitlich? Ja. Ein letztes geht noch. Ein letztes. Eine letzte Runde. Auf geht's, ab geht's. Dreimal fallen und wach. Oder wie wird das? Ich höre eine Chips-Tüte. Nein, eine Schokoladen-Oster-Hasen. Ist doch noch gar nicht groß dann. Das muss man dem Hasen aber nicht sagen. Ding, 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 ding. na ja 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 wuchs was hast du eigentlich für eine vr-brille so wichtig kennen hast du doch bestimmt eine index schön laufen ding 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 ja wie ist der andere da schon ganz vorne ja 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 das reicht nicht das reicht definitiv nicht verdammt in der ersten runde ausgeschieden so will ich nicht beenden das lasse ich nicht so nein 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 da machen wir noch runter in der ersten runde ausgeschieden ist nicht warum nicht mach play hat wuchs der eigentlich geantwortet hat er nicht mach play wuchs hat hunger vielleicht ist wuchs gar nicht mehr da ja wer weiß keiner weiß es der bringt dir jetzt bestimmt ein paar ravioli ach will keine ravioli will keine ravioli du isst was auf den tisch kommt ja oder in den napf oder in den napf heute ist schlimm erst erst fangen sie an dass sie mich ruhig stellen wollen indem sie mir auszeiten mit schnuller verpassen jetzt wollen sie die ganze zeit dass ich dass ich auf den napf essen muss oh oh gerade läuft es nicht ja er macht ja nichts du kannst uns ja im notfall immer noch 5 kmh leiser machen ja das werde ich tun ihr schweine ihr schweine ihr schweine oder warum sind wir doch da ich bin gerade nicht gut ich auch nicht bin sehr weit hinten bist du noch weiter hinten als ich ja ich sehe drei köpfe also bin ich weiter hinten als du wegen jetzt direkt hinter dir genau die person hinter dir jetzt bin ich die person vor dir 15 punkte von mir zumindest aber das reicht wieder nicht so höre ich nicht auf so höre ich nicht auf wir haben die letzte truppposition so will ich nicht aufhören so will ich nicht aufhören so will ich nicht aufhören also noch eins ich will noch eine runde wo wir zumindest ein Level überstehen auf gehts fallen auf gehts fallen wolf steckt den Hasen in den Mund und fallen ja das ist ja gut das ist aber ein großer ist mir egal ich habe mir einen großen Schock Osterhasen gekauft du musst immer daran denken ich habe noch gar nichts gegessen und dir muss ich jetzt beim knuspern und knauspern zuhören aber habe ich mir heute einen Zahn abgebrochen recht wenn ich das so wie du mich jetzt gerade quälst und ich habe Hunger zu recht bei mir jetzt kannst du Hasen essen so viel du willst jetzt fallen wir gerade jetzt werde ich nicht mehr ach ja doch oh man hier zum Glück nimmt mein Mikro nicht so gut auf mein Magen knurrt hier ich höre den Gurgeln Diät ja der frisst dich gerade selbst so also los auf los gehts und so weiter wir sind zum Glück ein Vierer Team mich hat einer abgedrängt egal weiter gehts ein guter Beirat sehr schön Alter ich bin erster bin erster sehr schön dritter oder vierter ich glaube vierter ich bin als erster durchs Ziel da ist das Ding genau so muss man aufhören jetzt können wir auch rausfliegen ja ich glaube nicht dass wir jetzt rausfliegen wir haben die ersten paar Plätze belegt es wird kein Team uns noch überholen können nein ich meine nur ähm ich meine jetzt können wir ist es nicht so schlimm ganz schön flott habe ich bekommen als Errungenschaft sehr schön sehr schön fünfmal erster werden in diesem auf diesem Parcours ich war schon viermal erster auf dem Parcours glaube ich nicht wahrscheinlich viermal erster ja bestimmt vielleicht fünfmal erster werden insgesamt in irgendwelchen Rennen nein ich bin nicht so gut wie du oh nein Gemüse Ausweichmanöver 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 schlimm sind die Melonen Nein die vor mir fallen um und drück mich nach hinten ok jetzt bin ich Wolf es liegt an dir ich bin ganz nach hinten gedrückt worden mich hat einer mitgeschnickt der umgefallen ist schlecht ja zwei also ich bin noch hinter einem von uns gewesen fünf Punkte geht es zumindest von mir noch immerhin nicht viel aber etwas der versucht da über diese über diesen Hammer zu gehen funktioniert aber irgendwie nicht ja so hat es funktioniert aber nicht mehr aufs Spielfeld wirklich versucht das jetzt nochmal normal naja aber es ist wirklich ein anderes übrig das lustige ist das lustige ist das lustige ist er schafft es halt auch jetzt ohne Probleme ja ja so ich hätte es nicht weiter was passiert da fahren wir ein paar noch fünf Trupps wir sind schon im finale ja ja ui nur mal viele leute fürs finale waren doch jetzt auch nur drei runden ja manchmal reicht das manchmal reicht das klasse leute die irgendwo stehen bleiben und löcher rein machen oh hier wird es schon richtig löchrig nein ich bin weg das ist schlecht uiuiui nein ich bin auch weg du bist auch weg einer von uns lädt noch der ist noch gut unterwegs der hat gewonnen der hat es geschafft der hat es gewonnen Siege ihr habt doch gesagt so dürfen wir nicht aufhören ok sehr nice so muss so muss ein stream aufhören zwar nur drei runden aber dafür gewonnen perfekt wieder ein paar kronensplitter für uns level up und sogar eine krone ist bei mir wieder zusammengekommen ja ich bin zurzeit kurz vorm level up ich bin jetzt auf 14 wie es aussieht mit diesem fortschritt 14 ja so beenden so dann bedanke ich mich für bei allen zuschauern fürs zugucken und wir sehen uns in knapp einer stunde bisschen weniger als eine stunde wenn es dann wieder in den mystery stream geht das war euer rotundi bis später auuuu